TC-T buffalo ... Servus und Grüße! Heute geht es mal um Sicherheit. Und zwar um Sicherheit Kameras. Ja, ich hab doch schon eine Sicherheits exclusive... Ja stimmt, die hockt nicht, sondern die hängt da oben auf dem Eck, aber die hat ein Problem. Die zeichnet keinen Ton mehr auf. Das ist nicht unbedingt wichtig aber vielleicht ist irgendwann mal wichtig und dann hätte ich schon gerne einen Ton. Deswegen schauen wir sich die neue an, hier von K&F Konzept. Wurde mir natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Kleine Hashtag Transparenz. Deswegen danke dafür und jetzt schauen wir sich einfach mal an, was das kann. Was mir schon mal vorne rein gut gefällt ist das Solarmodul. Das ist immer noch schlecht, weil ihr seht ja jetzt das abdunkelt alles, aber ansonsten ist da Solar draußen nämlich und lade das alles auf. Also schauen wir sich das mal an. Boa-Schablonen. Boa-Schablonen finde ich immer gut. Wenn man Wandmontage hat oder Deckmontage finde ich es gar nicht. Ja, so ungefähr. Keine Ahnung. Ich kann kein Chinesisch, Japanisch. Ich weiß nicht, was ich vermute Chinesisch. Also äh Ah, okay. Ich muss zurück. Da ist auch eine deutsche Anleitung. Also Brain einschalten und dann geht das auch. Ja, dann schauen wir mal rein. Dann müssen wir sich irgendeine App downloaden. Okay, holen wir sie dann. So, jetzt schauen wir mal. Ah. Warte, was ist denn das für fette Anleitung? Da wird dann nochmal genauer geltet. Aber hier gleich. Ah, schön. Schöne Anleitung. Solar. USB. Ja, saada. Da haben wir eben da verschiedene Halter und Kabeln und Müll. So, jetzt auch. Alles sollen wir auspacken. Also für die, die schrauben wollen, ein Haufen Schrauben dabei. So. Einmal zusammenbaut. Dann kann man nicht das verrasten. Und dann kann man hier das einstellen. Dann ist das gesperrt. Nein, das ist schlecht. Dann einmal Kabel. Und dann haben wir die Kamera an sich. Boah, ist das ein Riesenteil. Boah, ist das ein Riesenteil. Aber die gehört ja auch nicht. Ach so. So gehört ja auch nicht. Die kann dann so dran. Okay. Aber bin ich jetzt gespannt. Dann schalten wir mal ein und schauen mal, ob die einen Akku hat überhaupt. Muss ich jetzt die App downloaden? Mal ein Handy holen. So, dann holen wir mal mein Handy da. Und dann war doch da irgendwo ein QR-Code. Wenn ich mich nicht täusche, da halt einmal scannen. Schau her. Funktioniert ja wunderbar. Das ist schon mal gut, wenn die Technik funktioniert. Laten wir sich das jetzt runter und dann schauen wir da mal rein. Und bin gespannt, ob ich mich sofort verbinden muss oder ob ich jetzt meinen Akku laden muss. So, in der Zwischenzeit, wo ich die App downloaden habe, habe ich hier festgestellt, dass der Fuß da für das Solarpanel ist und das einfach nur direkt dran gestoppt wird. Ja, praktisch einfach ran schlafen. Zack, boom, bang. Wahrscheinlich so. Und die Antenne gehört dann nach oben. So schaut es auf dem Bild aus. Also vermute ich mal das. Und jetzt müssen wir da einschalten. Jetzt hat es leicht was. Was sagt denn die Anleitung? Die Anleitung sagt... Nobody leaves the manual. Gerät hinzufügen. Kabellose Kamera. Wie ein Aus-Taste des Geräts gedrückt, um das Gerät zu starten. Habe ich gemacht. Okay. Ja, genau. Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die Reset-Taste fünf Sekunden lang gedrückt halten. Eine Ewigkeit später. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte rot blinkt. Wo ist die Reset-Taste? Ich weiß ja, wüsste, wer sagen wir, das passt. Nö, 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 nö. Wählen Sie das WiFi-Netzwerk aus. Passt. Bitte entfernen Sie den Schutzfilm von Ihrem Kamera-Objektiv. Tippen Sie auf Weiter, um Ihren QR-Code anzuzeigen. Wo ist mein QR-Code jetzt? Ah, okay. Hallo? Hm. Warum geht jetzt das nicht, hä? Muss ich das wirklich resetten lassen, was? Zack, ne, but nobody ever reads the manuals. Sack, muss das funktionieren? Ah, jetzt ist es resettet, vielleicht geht's jetzt. Ah, vielleicht jetzt. Schau mal. Kann dort das schon sein? Anschließend, bitte warten Sie einen Moment. Ich bin gespannt, ob das funktioniert wird. Er hat sich nämlich gerade beschwert, dass mein WLAN-Passwort zu lang ist. Also, sowas soll vorkommen. Zu lange WLAN-Passworte. Also werde ich vielleicht nochmal umstellen müssen an ein anderes Passwort. Und dann geht's. Also, sobald das mit dem Scan-Vorgang geht, machen wir weiter. Jetzt blinkt's. Okay. Stranger Things hier. So, jetzt habe ich es resettet. Jetzt ist es wahrscheinlich neu gestartet. Jetzt blinkt's. Und jetzt will ich es verbinden. Ah, ja, das will ich tun. Bitte warten Sie einen Moment. Aha, und jetzt hat es funktioniert. Sehr gut. Also, es geht auch mit langem Passwort. Man muss es halt bloß richtig eingeben. Dann funktioniert es auch. Also, mein Fehler. Jetzt schauen wir uns mal an, die App, was man so einstellen kann. Und dann, wie die Kameraauflösung ist. Und da nehme ich echt schnell den Namen dran. Also, jetzt leuchtet's blau. Jetzt hörst du, ich bin verbunden. Jetzt gehe ich auf das Gerät. Weiter. Ja, passt schon. Jetzt will ich es ja sehen, was da rauskommt. Hey, schau her. Hey, schau her. Oh, jetzt haben wir gleich. Oh, jetzt haben wir gleich. Weiter. Tipps zur Installation. Ja, haben wir erledigt. Passt. Schau her. Jetzt kommen wir da bestimmt. Wohnzimmer. Oh ja, kannst du ihn haben? Kann ich das nicht weiter benennen? Hinterhof, Tür, Schlafzimmer. Nehmen wir Hinterhof. Erledigt. Nein, nicht jetzt. Speichern. Weiter. Okay. Einsteigen. Ja. Ja, ich habe alles verstanden. So, ich bin jetzt gespannt. Ich würde gerne jetzt hergehen und das umbenennen. Kann das umbenennen? Alarmberechtigung. Da. Zeiteinstellungen. Bildeinstellungen. Alarmmanagement. Batterieverwaltung. Also, du kannst da alles mögliche noch schauen. 99 Prozent. Das heißt, wir haben einen vollen Akku. Das ist schon mal sehr gut. Und was haben wir denn da noch? Bildeinstellungen. Nachtsichtmodus automatisch. Mhm. Ja, das schaut doch alles solide aus. Dann tue ich jetzt einmal das Ding installieren und dann schauen wir sich mal an, wie das Bild ist. Klang-Einstellung kannst du auch noch. Lautsprecher wohl. Zeiteinstellungen. 12 Stunden. Okay. 24 Stunden. Ja, cool. Jetzt installiere ich das Ganze mal. Hauen wir also das Teil da oben in die Ecken und dann schauen wir mal, wie das Bild ist. Dann machen wir mal das Licht aus, damit wir sehen, wie die Nachtsicht ist. Und dann wirken wir es. Und mehr gibt es eigentlich nicht. Das ist so ein cooles System. Die App ist selbst erklären. Bin nur gespannt, ob es noch irgendwelche Überraschungen gibt. Aber das sehe ich dann, wenn es installiert ist. Wasam. Überraschungen. Schon ist es oben, man hätte bloß gleich einen langen Blick nehmen sollen. Das ging super einfach und dann zum Einrichten war es eigentlich sehr intuitiv, aber mit der Kamera ist das immer recht schwer zu erklären, deswegen zeige ich euch jetzt einfach nochmal genau, was ich gemacht habe. Was ich super finde, ist nämlich die Bewegungssteuerung. Das heißt, ich gehe hier auf PTZ und dann kann ich da oben die Kamera nämlich steuern. Dann kann ich die hier rumfahren lassen. Kann natürlich dann auch, wenn ich fernab bin und eine Halle habe oder so, dann könnte ich da rumfahren und schauen, ist das Fenster zu oder kommt da jemand rein, was ist da los. Das finde ich mega praktisch, weil dann brauchst du einen ultimativen Weitwinkel, sondern du kannst dann einfach rumstellen. Das finde ich wirklich sehr gelungen, das ist echt gut. Dann kann ich runter, also ich kann auch schon was unter der Kamera, ich kann das Ding eigentlich 360 Grad bewegen. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Option der Gegensprechfunktion. Ich habe hier 50% der Lautstärke gemacht, das reicht vollkommen für diesen Raum, aber man könnte 100, es ist echt laut und man könnte auch eine Halle beschreiben. Ich mache es mal jetzt hier kurz, dass ihr das hört. Hallo? Hallo? Jetzt muss ich das ausmachen wegen dem Echo. Also das ist was, da war ich echt überrascht, das ist echt laut. Und da kann man Alarm und Sirene und was weiß ich was noch alles machen. Jetzt machen wir noch kurz Nachtsicht, damit ihr das noch seht. Dann fangen wir einfach das Licht aus, hier. Mega. Ah, schön hier, der Leberkass in schwarz-weiß. Das gefällt mir. Ja, da könnt ihr mal gucken. Sehr cool. Also hier kann man wirklich von einem gelungenen Konzept von K&F-Konzept sprechen. Finde ich echt gut gemacht. Ich habe hier auch einen K&F-Filter drauf, der ist aber gar nicht mit dem Video zu tun. Aber ich bin praktisch mit dieser Firma schon mal, habe ich schon Berührungskontakte gehabt. Oder Berührungspunkte. Aber aus eigenem Interesse. Und jetzt bin ich echt begeistert, weil ich muss ja sagen, sie ist super flüssig, die Kamera. Das heißt, ich wink, also das ist Wahnsinn, wie schnell die Echtzeitübertragung ist. Perfekt. Also ihr braucht natürlich ein gutes WLAN-Netz. Ihr braucht, wenn es geht, draußen Solar. Weil das ist das einzige, was nicht funktioniert. Die Solarzelle funktioniert nicht durch die Scheibe. Das heißt, ich muss die Solarzelle rausstellen. Also hier müsst ihr wirklich darauf achten, dass die Sonne direkt drauf knallen kann. Dann wird das Teil auch geladen. Und wenn ihr jetzt auch so eine geile Kamera haben wollt, dann seid ihr jetzt dran. Und schreibt unten in die Kommentare mit dem Hashtag Kamera und dann für. Und dann sagt man wirklich, also Kamera für. Und dann schreibt ihr, was ihr wollt. Also Hashtag Kamera und dann für den Schupfer. Für die alte zum Überwachen. Für was auch immer. Schreibt es rein. Und der Hashtag Kamera und der mit dem besten Ort, was er überwachen möchte. Vielleicht möchte er noch sein Scheißhauser überwachen. Der kriegt die Kamera. Also den werde ich dann benachrichten, dass ihr die Kamera kriegt. Also seid kreativ. Überlegt euch was ihr überwachen wollt. Überwacht nicht eure Alte. Das ist nämlich gefährlich. So was darf man nicht. Und der Nachbar natürlich auch nicht. Aber der kreativste Kommentar gewinnt. Wir sehen uns beim nächsten Produkt, beim nächsten Video oder bei irgendeinem anderen Video. Ich sage Servus, euer Konstantin. Wir sehen uns beim nächsten Mal.